Tania Blixen, die Königssöhne Es war einmal vor vielen Jahren, ob in Persien oder Indien, weiß ich nicht so genau, ein mächtiger, böser und grausamer Fürst, der sich mit Feuer und Schwert alle Länder ringsum unterwarf. Er hatte ein Visier, der Agar hieß, und der noch grausamer und falscher war als er selbst. Als nun der Fürst alle seine Nachbarstaaten überwunden und vernichtet hatte, sah er sich um, und es fiel ihm ein, dass es noch einige kleine, wilde Völker weit oben in den Bergen gab, die er nicht besiegt hatte. Er wusste, dass er erst wieder ruhig schlafen könnte, wenn auch sie Sklaven seines mächtigen Willens geworden wären. Aber ein Feldzug in die Berge würde ihn Mühe und Verluste kosten, und er überlegte einige Zeit, ob er sich darauf einlassen solle, seine Heere dort hinaufzuschicken. Da sagte Agar zu ihm, Setze nicht viele Menschenleben, Pferde und Waffen aufs Spiel, um diese barbarischen Stämme zu schlagen. Lass sie sich selbst schlagen. Ich habe eine herrliche List ersonnen, mit deren Hilfe du Uneinigkeit und Zwietracht zwischen ihnen säen kannst, so dass der eine Stamm den anderen vertilgen wird, und du dir mit Leichtigkeit die Reste von ihnen allen holen kannst. Der König fragte ihn nun, wie dies vor sich gehen solle. Also, sagte Agar, ich werde dir erzählen, was ich mir überlegt habe. Du sollst den Königen der verschiedenen Bergstämme die Nachricht überbringen lassen, dass du nicht beabsichtigst, sie zu bekriegen, sondern im Gegenteil mit ihnen einen Friedensbund schließen willst. Zur Besiegelung dieses Paktes lädst du den ältesten Königssohn eines jeden Stammes in deine Residenz ein und feierst ihre alle Ankunft dort mit einem Fest. Die Könige werden sehr stolz sein, dass ihre Söhne vor deinem Angesicht erscheinen dürfen, und sie werden sie zu deinem Gast mal schicken. Aber mit diesem Fest soll es folgende Bewandtnis haben. Wenn die Königssöhne aus den Bergen mit ihrem Gefolge vor deinem Thron Aufstellung genommen haben, werde ich dafür sorgen, dass von dem Platz, wo sie und ihre Leute stehen, ein Pfeil in Richtung Thron so abgeschossen wird, dass er sich in die Wand hinter dir oder in den Teppich vor deinen Füßen bohrt. Du wirst dann mit viel Entrüstung verkünden, dass ein Verrat begangen worden ist, den du in deiner Gerechtigkeit vergelten musst. Du wirst verlangen, dass diese Königssöhne den Schuldigen an dich ausliefern, sodass du ihn zum Tode verurteilen kannst. Und du wirst hinzufügen, dass sie, falls sie der Gerechtigkeit nicht Genüge tun, allesamt dem Richter und dem Tod anheimfallen. Da nun ein jeder von ihnen bei sich weiß, dass er den Pfeil nicht abgeschossen hat, wird sich keiner von ihnen zu der Tat bekennen. Aber der eine wird, um sein eigenes Leben zu retten, die Schuld auf den anderen schieben. Es wird Streit zwischen ihnen entstehen. Und ob du nun deinen Worten folgend sie alle töten lässt, oder ob du selbst einen unter ihnen auswählst, oder ob du sie alle als Geiseln hier behältst, bis ihre Väter eine Entscheidung über ihr Schicksal getroffen haben, Auf jeden Fall wirst du nützliche Zwietracht gesät und den Zusammenhalt der Stämme zerstört haben. Eine Blutrache wird der anderen folgen, und sie werden dir die Mühe ersparen, sie zu vernichten, indem sie sich selber vernichten. Der mächtige Fürst dachte lange über Agars Vorschlag nach und fand ihn sehr gut. Er ließ also den Bergstämmen durch Boten die Nachricht zukommen und Bartzi, wie Agar gesagt hatte, dass jeder Stamm seinen Königssohn und Thronerben zu dem Fest und der Besiegelung des Bündnisses schicke. Und es geschah auch, wie Agar gesagt hatte, dass die Könige und Stammesfürsten der einzelnen Bergvölker seine Einladung als eine Ehre und einen Gunstbeweis auffassten, und jeder von ihnen ließ den jungen Königssohn mit einer so prächtigen Ausrüstung und einem so großen Gefolge wie nur möglich aufbrechen. Die jungen Königssöhne machten sich auf den Weg frohgemut und stolz und neugierig auf die Stadt des großen Königs und all die Pracht, von der sie gehört hatten, die sie aber hier oben in den Bergen selbst nicht kannten. Sie trafen bei den verschiedenen Gebirgspässen nach und nach aufeinander, und die letzten Tage ritten sie gemeinsam die Landstraße entlang zur Residenz, wobei sie sich darüber unterhielten, wie sie in dem Prunk, der auf sie wartete, am vorteilhaftesten auftreten könnten. Es waren insgesamt neun junge Fürsten. Der älteste von ihnen war 16 und der jüngste 13 Jahre alt. Ismail kannte alle ihre Namen, aber die müssen hier nicht aufgezählt werden. Nur zwei von ihnen will ich nennen. Der eine von diesen beiden war Said. Er war der Sohn des größten Fürsten in den Bergen, und er hatte das zahlreichste und prächtigste Gefolge, das beste Sattelzeug und die vortrefflichsten Waffen. Aber er war auch durch sein eigenes Auftreten der vorzüglichste in der ganzen Schar. Seine Eltern waren lange kinderlos gewesen. Dieser Sohn, den sie in ihrem hohen Alter bekommen hatten, war ihr einziges Kind, ihr Glück und Stolz. Er war schön von Angesicht, verstand sich hervorragend auf das Reiten und auf den Gebrauch aller Waffen, war klug und wendig, ein Thronprätendent, wie man ihn in keinem der anderen Stämme noch einmal fand. Um die Zukunft dieses edlen Geschlechts, das er allein repräsentierte, zu sichern, hatte ihm seine Mutter eine Braut ausgewählt, und weil die Schönheit, der Mut und der Verstand des Jungen so weithin gerühmt wurden, hatte sie eine glänzende Partie für ihn ausgemacht, eine zarte Jungfrau von königlichem Geblüt und mit einer mehr als königlichen Mitgift wartete jetzt in einem Nachbarland nur auf den richtigen Zeitpunkt, um mit ihm Hochzeit zu feiern. Es war natürlich, dass Seid auf seinem tänzelnden, mit Silberzaum und goldbesticktem Sattel geschmückten Pferd, mit einem edlen Schwert an der Seite und einem mit kostbaren Edelstein besetzten Gürtel an der Spitze der Scharjunger Fürsten ritt, und dass die anderen seiner Rede und seinem Rat lauschten, wie sie vor dem Angesicht des mächtigen Königs für ihr Volk am besten Ehre einlegen könnten. Aber in der hintersten Reihe ritt ein Junge, der Mira hieß. Sein Vater war Stammesfürst eines kleinen Volkes weit oben im Norden in einer armen und öden Gegend. Er war einer von vielen Brüdern, und seine Eltern hatten keine großen Summen für seine Erziehung oder Ausrüstung ausgeben können. Sein Pferd war klein, zottelig und unansehnlich. Sein Sattel und Sattelzeug waren nur einfach. Er trug einen Schaffellmantel, ein kurzes, altes Schwert in einer schlichten Scheide. Er selbst war der Jüngste in der Schar, ein Junge vom Dorf, unerfahren und ziemlich unscheinbar. Sein Vater hatte ihm nur einige wenige alte Diener mitgegeben. So hielt er sich in der Gesellschaft der anderen schüchtern zurück und sprach nur wenig. Aber er lauschte aufmerksam und machte große Augen, wenn die anderen über die Waffenübungen und die Haltung sprachen, mit denen sie in der fremden Stadt Eindruck machen wollten. Er freute sich aus tiefster Seele, dass er an diesem Ritt hatte teilnehmen dürfen, und er sah sich zwischen all dem Neuen um, das sich Tag für Tag offenbarte, um seinen Geschwistern und Freunden davon zu erzählen, wenn er in seine Heimat zurückkehrte. Die Königssöhne ritten durch das Tor in die Residenz und waren überwältigt von dem großen Reichtum in den Straßen und von der Freundlichkeit und der Ehrerbietung der Menschenmenge, die sie empfing. Man geleitete sie durch die Stadt direkt zum Palast des Königs, und bei dieser Gelegenheit war an nichts gespart worden, sodass sie kaum glauben konnten, dass ihnen der König so viel Ehre erweisen wolle. Nun vollzog sich das Ganze so, wie Agra es vorbereitet und bestimmt hatte. Gerade als der mächtige König seine königliche, an die jungen Leute aus den Bergen gerichtete Willkommensrede beendet und wieder auf seinem Thron Platz genommen hatte, sauste ein Pfeil durch die Luft und bohrte sich zitternd in die Wand, nicht zwei Fuß breit entfernt von seiner Schulter, von welcher der Purpur in tiefen Falten fiel. Und es war für jeden klar, dass man diesen Pfeil von einem Platz inmitten der Schar der Eingeladenen abgeschossen haben musste, wenn auch niemand in dem bewegten und feierlichen Augenblick bemerkt hatte, woher er genau gekommen war. Ringsum im Gefolge des Königs entstand große Erregung und die Luft vibrierte von Unruhe und Spannung. Nur der König selbst stand da, unangefochten von der Gefahr, aber mächtig in seinem Zorn. Sein Gesicht war dunkel wie ein Gewitterhimmel, über den blutrote Blitze zuckten. Aber er sagte kein einziges Wort. Da trat Aga vor und sprach zu den jungen Königssöhnen und seine Stimme, die vor Entsetzen und Zorn bebte, war gleichzeitig voller Honig. Eine furchtbare, verräterische Tat sei hier begangen worden, sagte er. Eine entsetzliche Schurke befinde sich in der Nähe des Königs und jedermann im Volke müsse wohl das Angesicht voller Grauen über das, was hier geschehen sei, verbergen. Aber er wisse wohl, dass die jungen Fürsten aus dem Norden, die Gäste des Königs, nicht alle der Untat angeklagt werden könnten. Sie seien, wie er wisse, der letzte Spross edler, großmütiger und ritterlicher Geschlechter. Keiner würde mehr als sie einen Verrat an der Gastfreundschaft des Königs verurteilen. Dass einer unter ihnen habe so schamlos handeln können, müsse, dessen sei er gewiss, die anderen noch mehr entsetzen, als es ihnen selbst und das ganze Volk entsetzt habe. Der König beabsichtige nicht, sie alle anzuklagen, denn er vertraue darauf, dass sie aufgrund ihres eigenen Ehrgefühls den Schuldigen ausliefern und dass sie sich alle damit beeilen würden, um vor der Welt rein dazustehen. Er fordere diejenigen auf, die den Verbrecher in ihren Reihen kannten, vorzutreten und seinen Namen zu nennen. Die Jünglinge standen während seiner Rede und auch noch einige Zeit danach, schweigend da, während er auf ihre Antwort wartete. Wie denn? rief er gleichsam tief erschüttert und entsetzt. Wäre es möglich, dass sein missverstandenes Zusammengehörigkeitsgefühl euch wünschen ließe, den einen Verräter unter euch zu decken? Jetzt erhielt er Antwort von der Gruppe der jungen Männer. Wir sind unschuldig, riefen sie. Es gibt keinen Verräter unter uns und wir können deshalb niemanden ausliefern. Jeder von uns weiß bei sich selbst, dass er diese Tat nicht begehen könnte. Jeder von uns weiß, dass keiner der anderen dazu fähig wäre. Agas Entsetzen und Entrüstung wuchsen bei dieser Antwort. Er wandte sich zum König und dann wieder an die Jünglinge. Wo ein solcher Trotz an den Tag gelegt werde, müsse man glauben, dass sie alle mitschuldig seien an der Untat und deshalb sollten alle wie ein Mann der Gerechtigkeit anheimfallen. Aber durch die Gnade des Königs werde ihnen noch eine letzte Gelegenheit gegeben, ihr Leben und ihre Ehre zu retten. Man könne nicht umhin, sie ins Gefängnis zu bringen, aber man wolle ihnen zwölf Stunden zugestehen, in deren Verlauf sie sich entscheiden müssten. Falls nach Ablauf der zwölf Stunden der Schuldige dem König überantwortet würde, könnte man von den anderen annehmen, dass sie unschuldig seien. Geschehe das nicht, müssten sie alle ihre Mitschuld am Attentat auf den König büßen. Jungen Königssöhne sahen sich alle binnen eines Augenblicks von Gästen des Königs in seine Gefangenen verwandelt. Sie wurden von den Leibwächtern umringt, entwaffnet und in ein dunkles Verlies hinter gewaltigen Mauern geführt. Diesen Ort, das wussten sie, würden sie erst am nächsten Morgen verlassen können und sie würden auf keinen Fall alle mit dem Leben davon kommen. Als sie weg waren und die Volksmassen sich beruhigt hatten, wandte sich Arga dem König mit einem Lächeln zu, weil seine List so gut gelungen war. Es stand nun fest, dass diese jungen Männer entweder dem gemeinsamen Tod oder Zwist und Schande anheimfallen würden. Es gäbe, fügte er hinzu, im Verlies einen verborgenen Raum, von dem aus man alles hören könne, was darin gesprochen werde. Er wolle sich selbst dort hinunterbegeben und die Nacht über den Klagen der Fürstensöhne lauschen und vor allem hören, auf welche Art sie Leben und Ehre zu retten gedächten. Bei Tagesanbruch werde er in das Schlafgemacht des Königs kommen und ihm über alles berichten. Er warf auch gleich einen dunklen Mantel über sein glänzendes Hofornat, schlich sich in den kleinen Raum in der Mauer, ganz ohr für alles, was dort im Gefängnis gesprochen wurde. Die jungen Königssöhne waren wie nach einem furchtbaren Sturz zunächst verwirrt und gelähmt. Aber bald machte sich ihre Entrüstung in Wehrufen und Flüchenluft. Sie begriffen, dass sie in eine Falle gelockt worden waren und dass ihr Schicksal besiegelt war. Einer nach dem anderen klagten sie über das Unglück, das jetzt ihre Familie und ihr Volk getroffen hatte. Selbstbewusst und sorglos waren sie von zu Hause weggeritten, stolz auf die Ehre, die ihnen der König erwies. Nun sollte eine Trauerbotschaft zurück zu ihrer Mutter und in ihre Stadt gelangen. Denn niemand von ihnen dachte auch nur einen Augenblick daran, sich durch die falsche Bezichtigung eines der anderen zu retten. So hatten sie lange gesprochen und geklagt, bis sie schließlich wortlose Trauer überfiel. Sie verhüllten ihre Gesichter und schwiegen. Da geschah es, dass sich mitten in dem Schweigen eine Knabenstimme zu Wort meldete. Der kleine Mira in seinem Schaffellmantel erhob sich vom Fußboden, wo er wie die anderen zusammengekrümmt in seinem Schmerz gesessen hatte. Er sprach schüchtern und wie nach langem Bedenken. Meine Brüder, sagte er, es ist allzu traurig, dass alle unsere Länder zu Unrecht einen so großen Verlust erleiden sollen. Falls wir hier alle sterben, werden unsere Eltern und Freunde bestimmt versuchen, am König Rache zu nehmen. Und das wird Krieg und Elend über sie bringen, über unsere schmucken Dörfer und die guten Menschen, die jetzt dort oben in Frieden leben, ihre Herden hüten und ihre alten Lieder singen. Ist es nicht besser, dass acht von uns zurückkehren und dass wir uns in Freundschaft und Brüderlichkeit einigen, einen von uns auszuwählen, der die Schuld auf sich nimmt und den Tod erleidet? Sterben müssen wir ja doch alle einmal und die acht, die zurückkehren, werden unseren Müttern und Geschwistern erzählen, dass der neunte freiwillig zurückgeblieben ist, so dass sie ihm Dank sagen können in ihren Gedanken. Die anderen Jünglinge blickten voller Staunen auf ihn, der gesprochen hatte und schauten dann einander an. Vielleicht hast du recht, Mira, sagten sie und dachten an ihre ferne Familie und die Heimat. Aber wen von uns, fuhren sie fort, sollen wir auswählen und in die blutigen Hände des Königs geben? Es entstand wieder Schweigen und noch einmal wurde es von Mira gebrochen. Nun ja, meine Brüder, sagte er, ich hätte es nicht gewagt, zu reden und euch diesen Vorschlag zu unterbreiten, ich, der ich der jüngste und am wenigsten erfahren unter euch bin, wenn ich nicht zuvor weiter über die Sache nachgedacht hätte. Ich bin es selbst, denke ich, den ihr als den Schuldigen auswählen und in der Stadt zurücklassen sollt. Mein Land ist das kleinste und ärmste von den Reichen in den Bergen. Meine Eltern haben noch mehr Söhne, die ihre Würde erben können. Ich selbst bin nicht weise oder meinen Brüdern in irgendeiner Fertigkeit besonders überlegen. Ich weiß, dass meine Mutter mich beweinen wird, aber durch meinen Tod bleibt vielen Müttern meines Volkes erspart, dass sie ihre Söhne beweihen müssen. Ihr werdet Grüße von mir überbringen und ihr meinen Silbergürtel, die einzige Kostbarkeit, die ich bei mir habe, zurückgeben. Hiermit endete er und zog sich wie zuvor schüchtern an die Wand zurück. Die jungen Männer hatten sich alle erhoben und dieses Lösen des Todesknotens, in den sie noch vor kurzem alle eingeschnürt waren, versetzte ihre Gemüter in stärkste Bewegung. Sie wandten sich einander zu und einige von ihnen sprachen miteinander, aber dann blickten sie alle auf Sa'id, der, seitdem sie ins Gefängnis geführt worden waren, nur wenig gesagt hatte. Er stand nun da, in tiefe Gedanken versunken und die anderen warteten lange darauf, dass er reden würde. Schließlich jedoch trat er mit stolzer und königlicher Haltung zwischen sie, schlug seinen goldgeschmückten Mantel zurück und sagte, Der Jüngling Mira hat recht. Es ist besser, dass einer von uns in die Hand des Königs gegeben wird und stirbt, als dass so viele stolze und freie Stämme in Verwirrung und Unglück gestürzt werden. Aber er hat wirklich nicht klug oder mit Gefühl für unsere Würde gesprochen, wenn er uns vorschlägt, dass er selbst derjenige sein will, den wir auswählen. wie würden wir uns wohl in den Augen dieser stolzen Stadt und dieses reichen Volkes oder in den Augen eines mächtigen Königs ausnehmen, wenn wir ihm den geringsten übergeben, den wir haben. Sie müssten glauben, dass wir uns verbündet und diesen armen, törichten Knaben gezwungen hätten, uns anderen das Leben zu retten. Und das wäre wirklich ein schöner Ruf, den wir hier unten hinterlassen würden. Nein, unsere Gabe an den König morgen bei Tagesanbruch soll das Beste sein, was wir haben, sodass er von uns lernen kann, was königlicher Sinn und gute Sitten sind. Wie sollen wir das verstehen, was du eben gesagt hast, Zeit? fragten die anderen. Das dürfte nicht schwer zu verstehen sein, antwortete Zeit. Aber wenn er eine Erklärung braucht, sollt er sie bekommen. Ich werde mich selbst den Leuten, die der König zu uns herunterschickt, in die Hände geben. Der König weiß ja in seinem Herzen, dass wir unschuldig sind, sodass er auch verstehen wird, dass wir, indem wir den allerhöchsten Preis bezahlen, der uns möglich ist, unsere Verachtung gegenüber seiner Gemeinheit zum Ausdruck bringen. Die anderen Jünglinge konnten über diesen Entschluss Seid's Ausrufe oder Überraschung und Trauer nicht zurückhalten. Aber wie denn, Zeit? riefen sie. Ein schönes und herrliches Reich wartet auf dich. Ein stolzes Heer steht in diesem Augenblick bereit, dir entgegenzuschreiten. Ein wunderbares Mädchen nennt sich deine Braut. Wenn du selbst auf all das verzichten willst, wie sollen dann dieses Land und seine Reichtümer, dieses Heer und diese Jungfrau dich entbehren können? Die Wehklage über dich, Zeit, wird von allen Bergen wiederheilen. Das weiß ich, sagte Zeit, aber diesem Verlust werde ich selbst abhelfen. Einer von euch soll meinen Platz in meiner Familie, auf meiner Burg, an der Spitze meines Heeres und in meinem Brautbett einnehmen. Einem von euch übertrage ich alles, was mein ist oder werden sollte. Und ich rufe die anderen von euch als Zeugen für diesen meinen Beschluss auf, sodass mein Vater und meine Mutter, mein Herr, mein Volk und meine junge Braut ihn heilig halten werden und der Ausgewählte in jeder Hinsicht vom morgigen Tagesanbruch bis an das Ende seiner Tage in den Augen der ganzen Welt Zeit sein wird. Wieder entstand in der Schar eine starke Bewegung. Sie drängten sich jetzt um Zeit, niemand wollte fragen, ob er der Auserwählte sei, aber zwei oder drei von den Besten unter ihnen warteten mit Spannung, Hoffnung und Grauen auf seine Entscheidung. Endlich sagte einer von ihnen, wenn du dich wirklich so entschieden hast, Zeit, und wenn du mit deinem Tod Ehre als Retter vieler Stämme einlegen willst, sodass wir dich alle beweinen, aber zugleich bewundern werden, wen wählst du dann aus, damit er an deiner Stelle tritt und alle die Herrlichkeiten des Lebens erbt, die dir gehört haben. Zeit warnte sich ihnen mit einem leicht spöttischen Lächeln zu. Fragt ihr mich danach, sagte er, ergibt sich das nicht aus dem, was ich euch schon gesagt habe? Mein Stellvertreter muss derjenige sein, der am würdigsten dafür ist, derjenige, der am besten mein Pferd reiten, im Rat meiner weisen Männer sitzen, der einst ehrenhaft über mein Volk herrschen und mit meiner Braut Söhne zeugen wird, derjenige, der mein uraltes Geschlecht weiterführen kann. Wieder wurde es still unter den jungen Leuten. Aber nenn uns jetzt den Namen Zeit, sagten sie dann. Fragt ihr noch nach einem Namen, Brüder aus den Bergen? sagte Zeit, da müsst ihr heute Nacht begriffsstutzig geworden sein. Weiß nicht jeder von uns in seinem Herzen, dass Mira der Größte unter uns ist. Er ist der Jüngste von uns, aber er hat es gewagt, das Wort zu ergreifen und er hat uns einen guten Rat gegeben. Er ist derjenige, der sein eigenes Leben für seine Freunde hingeben wollte. Geben wir ihm zu viel als Entgelt, wenn wir ihm geben, was wir besitzen? Mein eigener Stamm kann sehr zufrieden sein, wenn man in kommenden Zeiten sagen wird, dass seine Könige genauso regierten, wie Mira nachts im Gefängnis im Rat der Königssöhne gesprochen hat. Vor Anbruch des Tages ging Aga zum König und berichtete ihm, was hier gesprochen worden war, denn viel mehr Worte waren zwischen den jungen Männern im Gefängnis nicht gewechselt worden. Der König hörte ihn schweigend an und war danach für einige Zeit in tiefe Gedanken versunken. Du bist ein schlauer Mann, Aga, sagte der König schließlich, und du hast für den Plan all deinen Scharfsinn aufgewandt, aber auf diese Leute aus den Bergen verstehst du dich nicht. Wenn ihre Jünglinge so miteinander reden, wenn sie glauben, dass niemand sie hört, wie werden dann ihre Männer uns entgegentreten, wenn die Augen der Welt auf ihnen ruhen. Lass diese Jünglinge in Frieden ziehen. Meine Heere werden die Grenzen ihrer Länder nicht überschreiten.